ja hallo sebastian reiners hier ich heiße dich wirklich herzlich willkommen auf diesem kleinen infovideo wie du den titel vielleicht schon entnommen hast geht es jetzt in den nächsten videos um mlm grundlagen mlm 2.0 um ehrlich zu sein denn das traditionelle mlm ist für mich gestorben und ich finde einfach dass attraction marketing die variante ist mit der man heute viel erfolgreicher wird und somit auch viel 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 mehr geld verdienen ja ich werde jetzt in den nächsten paar stunden noch länger hier stehen müssen aber das tue ich wirklich sehr gerne um dir zu zeigen wie du mit attraction marketing dein mlm business aufbauen kannst du kannst dich wirklich freuen auf die nächsten tage ich werde jetzt jeden tag ein zwei videos zu mlm 2.0 grundlagen hochladen und damit du auch nie ja damit auch nie genug bekommst vom ganzen mehrwert ja du kannst dich freuen ja ich werde jetzt sehr viel über den über den vertrieb reden über den verkauf über weitere einkommensmöglichkeiten über online marketing also ich werde dich quasi mit mehrwert zu klatschen du kannst gar nichts anderes als erfolgreich werden wenn du diese tipps dir zu herzen nimmst wenn du aber grundsätzlich schon mal daran interessiert bist mehr über mich zu erfahren dann kannst du auch ruhig gerne kontakt mit mir aufnehmen meine kontaktdaten findest du unterhalb des videos wir sehen uns und freue dich auf die nächsten videos dein sebastian ciao